Trance Healing Und insbesondere auch Selbstheilung sind ganz, ganz wichtige Themen heutzutage. Und immer mehr und mehr Menschen sind auf der Suche nach mehr Harmonie und Frieden in ihrem Inneren. Ich hatte das große Glück, dass ich dieses Talent, in den Körper der Menschen hineinblicken zu können und ihre Beschwerden und Krankheiten sehen zu können, sehr, sehr früh entdecke. Und möchte jetzt dieses Geschenk mit Ihnen teilen. Sie werden in meinem Buch Trance Healing nicht nur ganz viele praktische Übungen finden, um ihre eigene Heilungskraft zu verstärken, sondern Sie werden auch ganz viele Praxisbeispiele dort finden. Das heißt, Beispiele von Menschen, die zu mir in die Praxis gekommen sind und Heilung erfahren durch diese ganz neue Heilung. Ich durfte in meiner Praxis ganz viele erstaunliche Ergebnisse erzielen mit Trance Healing und bin der Überzeugung, dass diese Kraft als Heilkanal zu dienen, in jedem Einzelnen von uns steckt. Auch in Ihnen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Und denken Sie immer daran, vollkommene Heilung ist immer dann, wenn wir beginnen, unsere eigene Essenz zu spüren, uns zu spüren, wie wir mit anderen Dimensionen, mit unseren geistigen Helfern und Führern verbunden sind. Ich wünsche Ihnen zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles, alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020